Das war ein Befehl! Der andere steuert das Befehl! Unter ein ausgerechnet Himmler! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Jetzt suchen Sie ihn! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dank! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Jetzt suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das fehl! Der andere Steigerswarte! Ja, vielleicht schon! Nein! Die Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Mein Führer bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Niemals! Das ist empört! Gegen die... Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Always look on the bright side of life. Oh, always. Du hast ihn was immer. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann zahlt die Armee im Kehrtwacht! Dann entlösen wir die Westfront! Freund! Ihr sind Soldaten? Punkt an, Leute. Ja, 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 ja! Ja, hier kollaboriert er ist. Ich will es schaffen, sagt Bericht! Für die Kräften, mein Gümer. Dann entlösen wir die Westfors. Das heißt, um selbst zu autorisieren, behaupten, ja, 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 ja. Krampel in jeden Außenseite als Gewalt schon. Freilich, Jojo! Das ist eine Kapitulationsangebotung. Ich glaube, ich habe mich klar genug, ausgetauscht! Dечение ist eine Ursache. Das ist ja, wenn wir das unter der Truffel sind. Gut, Herr. Huh? Noooo, Herr!